Herzlich Willkommen am Rudi-Stefan-Gymnasium. Mein Name ist Markus Wallenborn, ich bin der Schulleiter hier und ich begrüße euch, begrüße Sie ganz herzlich zu diesem virtuellen Tag der offenen Tür. Wir haben eine Reihe von Kurzvideos zusammengestellt, mit denen wir unsere Schule vorstellen möchten, gedacht hauptsächlich für Viertklässler und ihre Eltern, aber auch für Zehntklässler, die sich für die Oberstufe interessieren. Klickt euch durch, schauen Sie es sich an, vielleicht bleibt es nicht bei dieser virtuellen Stippvisite. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020